Premium Plus Abonnenten können ihr CyberGhost Konto mit bis zu fünf Geräten gleichzeitig nutzen, ohne den Aktivierungscode auf jedem Gerät separat eingeben zu müssen. Um deine bislang aktivierten Geräte zu verwalten, besuche bitte dein Online-Kontomanagement, indem du zunächst den CyberGhost VPN Windows Client startest und oben rechts auf Eingeloggt als klickst. Im Register Mein Konto klickst du auf die Schaltfläche Konterverwaltung öffnen und startest damit deinen Browser, der für dich das Online-Management-Tool öffnet. Im Online-Management-Tool ist der jetzt benötigte Menüeintrag Meine Geräte bereits aktiviert und aufgerufen. Hier findest du die Anzahl der maximal erlaubten Geräte ebenso wie die Anzahl der bereits von dir registrierten. Solltest du die maximal mögliche Zahl an Geräten bereits registriert haben, möchtest aber trotzdem ein weiteres aktivieren, musst du nur den Zähler auf 0 setzen. Hierzu klicke einfach auf die Schaltfläche Alle Geräte zurücksetzen und bestätige anschließend den Befehl. Nachdem die Aktivierung der bisherigen Geräte zurückgenommen wurde, kannst du jetzt mit der oder den Reaktivierungen beginnen, indem du dich zunächst mit deinen alten Nutzerdaten im Windows-Client einloggst. Ist dies geschehen, werden die nächsten Geräte, die du mit CyberGhost verwendest, automatisch registriert.